Und der nächste Franzose macht sich startbereit für seinen Punkt. Es geht noch einmal weiter hier. Sehen wir noch ein bisschen. Die Franzose mit der zweiten Runde machen sich startbereit. Geht auch er ins Finale in dieser Klasse. Boah, das küsst ihr Gnade so manchen. Zwischendurch bei den Jönner. Bei den Jönner geht es auf den Top der Nieder. 122.21. Und jetzt, danke, wir müssen die Türen letztlich feiern. In dieser Klasse ist noch lange nichts entschieden. Die neue Einstellung. Ja, der nächste deutsche Finale aus Frankreich 80 startete rein. Auch wenn er kommt noch einmal für Richtung Kulporate. Und zwar. Die Franzose mit ihren Goals knapp 2000 PS. Es geht an die 90 Meter Marke. Er holt sich Platz 2 im Finale. Und das die normalen Schöne, 6-3-schöne Fehlzündung. Klein, aber schön hier am Bahnende. Ja, das ist ein Schöne Fehlzündung. 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 Vielen Dank.